Hallo liebe Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute Tag 13 der Arduino Basics Reihe und heute möchten wir uns mal das LCD-Shield etwas näher ansehen. Ja, auch wenn ich es jetzt schon vorweggenommen habe, wir schauen jetzt mal da eben in den Kalender. Und im Kalender fanden wir heute einmal dieses LCD-Shield und einen Widerstand. Der Widerstand wird benötigt, um das LCD-Shield anzuschließen. Ich glaube für die Hintergrundbeleuchtung, ich bin gerade nicht ganz sicher. Gehen wir aber gleich eh noch drauf ein. Ja, so sieht das Display aus. Von vorne haben wir halt das Display. Wenn wir uns das Display von unten ansehen, sehen wir, haben wir hier diese Pinleiste für die Kontakte zum Anschließen. Ja, vorne drauf sehen wir, sieht das Ganze etwas komisch aus. Das liegt aber einfach nur an der Schutzfolie. Wenn wir die abziehen, ist alles wunderbar. Ja, und ich glaube viel mehr gibt es hierzu jetzt erstmal gar nicht zu sagen. Das LCD-Shield ist halt einfach ein LCD-Display. Wir haben zwei Zeilen, 16 Zeichen in einer Reihe. Ja, ich würde sagen, wir sehen jetzt einfach mal so, dass wir hier mal ein bisschen Text drauf kriegen. So, und diesmal blende ich jetzt hier mal den Schaltplan ein, anstatt euch das Ganze auf dem Breadboard zu zeigen. Weil ich glaube, auf dem Steckbrett wäre das Ganze jetzt doch sehr schwer nachzuvollziehen, welches Kabel nun wirklich wohin kommt. Ich glaube, da ist jetzt hier diese Skizze etwas übersichtlicher für euch. Ich glaube, viel muss ich zu dem Schaltplan eigentlich auch gar nicht sagen. Den kann man einfach so nachbauen. Das Einzige, was vielleicht auffällt, das Display wird hier zweimal mit Strom versorgt. Diese beiden Anschlüsse hier sind die Stromversorgung für die Displaybeleuchtung. Das heißt, wenn ihr die weglasst, dann habt ihr einfach kein Backlight im Display. Deshalb hier auch dieser 560 Ohm Widerstand, weil die LEDs hier hinter scheinbar keinen eigenen Widerstand integriert haben. Den Widerstand könnt ihr natürlich auch hier oben an die 5 Volt anschließen. Ich fand es nur jetzt so etwas übersichtlicher in der Skizze. Deshalb habe ich jetzt hier die 5 Volt nach unten durchgeschliffen und bin von hier über den Widerstand wieder nach oben gegangen zu der Hintergrundbeleuchtung. Wie ihr das letzten Endes auf dem Steckbrett anordnet, ist natürlich alles euch überlassen. Es müssen nur die richtigen Pins mit dem richtigen Pin am LCD-Shield verbunden sein am Ende. Ja, das ist jedenfalls die Hintergrundbeleuchtung. Dann haben wir hier wieder unseren Poti, wie wir das schon von den vorherigen Videos kennen. Hier geht Ground auf den Eingang und 5 Volt auf den Eingang. Und am Ausgang gehen wir in dem Fall jetzt mal nicht auf einen unserer analogen Pins, sondern hier auf den dritten Pin am LCD-Shield. Und über diesen Pin wird der Kontrast des Displays geregelt. Das heißt, dadurch, dass ihr hier am Poti dreht, könnt ihr hier den Kontrast des Displays später einstellen, damit ihr auch alles anständig lesen könnt. Ja, hier die zwei Stromleitungen, also Ground und 5 Volt, die sind dazu da, um das LCD-Shield generell mit Strom zu versorgen. Ja, hier unten haben wir noch an D4 bis D9 die Datenleitungen, beziehungsweise genauer gesagt D4, 5, 6 und 7 sind unsere Datenleitungen. Man hätte hier auch 8 Leitungen anschließen können. Heißt, in dem Fall werden pro Zyklus 4 Bit übertragen. Das heißt, er muss zweimal 4 Bits übertragen, um ein Zeichen hier anzeigen zu können. Wer es schneller benötigt, der kann auch hier auf 8 Leitungen gehen. Ich habe bisher noch keinen Anwendungsfall gefunden, wo das wirklich notwendig ist. Mit den vier Datenleitungen funktioniert für meine Zwecke bisher eigentlich immer tadellos. Von daher werde ich jetzt auch nur auf diesen Fall eingehen. Aber damit ihr das mal zumindest gehört habt, es gibt ja auch die Möglichkeit, direkt 8 Bit auf einmal zu übertragen, indem wir hier einfach noch vier weitere Datenleitungen anschließen. Die Datenleitungen sind jetzt hier die gelben. Ja, und dann gibt es hier noch die grüne und die braune Ader. Die grüne ist das Register Select, die braune ist das Enabled Signal. Ich belasse es jetzt einfach bei der Aussage, diese beiden Adern sind noch zur Kommunikation zwischen Arduino und dem LCD-Schild notwendig. Wer jetzt mehr über den technischen Hintergrund dieser beiden Leitungen wissen möchte, der müsste da jetzt mal Google bemühen. Da möchte ich in dem Video nicht weiter drauf eingehen, da ich in diesem Video mehr die Softwareseite beleuchten möchte und nicht den technischen Aufbau und wie das Ganze auf technischer Ebene funktioniert. Und ich glaube, viel mehr kann man zu dem Aufbau hier auch nicht mehr sagen. Insofern wechseln wir mal zum Sketch. Hier seht ihr jetzt das Sketch von Tag 13. In diesem Sketch wird ein LCD-Display über die Liquid Crystal Library angesteuert und ein Text auf dem Display ausgegeben. Im Loop verschieben wir den Cursor und schreiben einen Wert an eine feste Stelle auf dem Display. Die benötigten Befehle für dieses Sketch, die jetzt wieder neu sind, habe ich wie immer im oberen Bereich noch in dem Kommentar verlinkt. Und dieses Sketch beginnt mit der Zeile Include Liquid Crystal Punkt H. Include hatten wir bisher, glaube ich, noch nicht. Mit Include wird eine Library eingebunden. Das heißt, dass uns die Standardbefehle des Arduinos jetzt hier an der Stelle nicht mehr ausreichen und wir weitere Befehle brauchen. Und das erreichen wir genau dadurch, dass wir hier eben die für uns notwendige Library Liquid Crystal einbinden. Damit das auch funktioniert und die Software das jetzt kompilieren kann, müssen wir diese Library vorher in der Arduino Software integriert haben. Das hatte ich an Tag 1 im Video schon mal erklärt, aber ich zeige es nochmal eben. Wenn wir jetzt hier oben auf Sketch klicken, dann haben wir hier unten die Möglichkeit Bibliothek einbinden und darunter. Entweder können wir hier raus die benötigte Library, wenn wir sie schon mal installiert haben, einfach auswählen. Dann würde er uns diese Include-Zeile hier einfügen. Also ich mache das mal eben. Wenn wir jetzt hier einfach sagen Bibliothek einbinden und dann auf Liquid Crystal klicken, dann würde er hier oben, wie ihr seht, die Zeile Include Liquid Crystal einfügen. Und für die, die die Library noch gar nicht eingebunden haben, die gehen auch auf Bibliothek einbinden, sagen dann aber Bibliotheken verwalten. So, dann dauert das einen kleinen Moment. Der lädt jetzt erstmal die Liste aller möglichen Bibliotheken, die er zur Verfügung hat. Und dann können wir hier drin suchen. Und angenommen, wir wissen jetzt nur, wir haben hier unser LCD, aber wir wissen nicht, wie die Library heißt, dann kann ich hier auch in der Regel LCD eintippen. Dann listet er uns hier jetzt so alle möglichen Libraries auf. Und in dem Fall ist es jetzt sogar wirklich die erste, die wir verwenden wollen, und zwar die Liquid Crystal. Ja, und wie ihr seht, habe ich bei mir die Version 1.0.7 schon installiert. Und für alle, die das noch nicht getan haben, ihr klickt hier drauf, dann wäre bei euch hier oben auch noch Version 1.0.7. Vielleicht, je nachdem wann ihr das Video guckt, auch schon wieder aktuellere. Wählt auf jeden Fall dann in der Regel die aktuellste Version aus und klickt auf Installieren. Dann dauert das einen ganz kleinen Moment und dann ist diese Library bei euch in der Arduino Software eingerichtet. Und danach könnt ihr dann die Bibliothek einbinden, indem ihr dann hier unten auf Liquid Crystal klickt. Und dann kann es weitergehen. Also diese Zeile könnt ihr natürlich auch einfach von Hand tippen. Die müsst ihr jetzt nicht hier über Sketch und Bibliothek einbinden, hier in den Quelltext reinbringen. Was aber auf jeden Fall vorher passieren muss, ist über die Bibliotheksverwaltung, ihr müsst die Library vorher installiert haben. In einem meiner älteren Videos zeige ich auch noch, man kann die Libraries auch von Hand kopieren und dann in den richtigen Ordner ablegen. Aber ich glaube einfach, für die breite Masse ist diese Bibliotheksverwaltung auf jeden Fall der bequemste Weg. Und ich glaube, alle anderen, die das über die Ordnerstrukturen und so weiter angenehmer finden, ich glaube, die wissen eh schon, was sie tun. Von daher gehe ich auf diese händische Variante jetzt hier auch an der Stelle mal nicht mehr weiter ein. So, wir gehen im Sketch weiter. Als erstes werden alle Pins für das LCD-Shield hier in Konstanten festgelegt. Hier sehen wir auch nochmal an Pin 8 ist der Register Select Pin, an Pin 9 der Enable Pin und Pin 4 bis 7 sind die vier Data-Pins, die wir nutzen. So, in der nächsten Zeile wird dann das erste Mal die Liquid Crystal Library verwendet. Hier sehen wir Datentyp Liquid Crystal und dann LCD, Klammer auf und dann werden hier alle Pins mitgegeben als Parameter, Klammer zu, Semikolon. Das ist der Standardbefehlsaufruf, mit dem das LCD initialisiert wird. Und durch diese Zeile weiß das Programm jetzt, an welchem Pin des Arduino welcher Pin des LCD-Shields angeschlossen ist. Und nur dadurch kann das Ganze jetzt überhaupt funktionieren. Dann wird hier noch ein Counter erzeugt, dabei handelt es sich um eine normale Ganzzahlvariable, die wird jetzt hier erstmal auf 0 gesetzt. Und dann kommen wir zur Setup-Methode. So, in der Setup-Methode wird jetzt hier gesagt LCD Beginn 16,2. Durch diesen Befehl wird das LCD gestartet und ihm mitgeteilt, dass es 16 Spalten und 2 Zeilen besitzt. Es gibt auch noch andere LCD-Shields, die zum Beispiel vierzeilig aufgebaut sind oder so. Und damit die Library weiß, wie viele Zeichen sie pro Zeile darstellen kann und wie viele Zeilen das Display überhaupt hat, wird das hier am Anfang in der Setup-Methode einmal mitgeteilt. Ja, und dann wird direkt auf dem Display mit LCD.print Hello World ausgegeben. Ja, und somit haben wir jetzt in der ersten Zeile des Displays auch unsere erste Textausgabe schon umgesetzt und kommen damit in die Loop-Methode. In der Loop-Methode wird jetzt der Cursor durch SetCursor 0,1 in die Zeile 2 gesetzt und zwar an die erste Stelle. Heißt, wir haben hier unsere x-Koordinate und hier unsere y-Koordinate, die wir mitteilen, auf die der Cursor gesetzt werden soll. Und wie in der Programmierung üblich, handelt es sich hierbei um Indexwerte. Das heißt, wir fangen immer mit 0 an zu zählen. Das heißt, die erste Zeile ist 0, die zweite Zeile ist 1. Und genauso ist das auch mit den Spalten. Die erste Spalte ist 0, die letzte Spalte ist in dem Fall dann 15. Ja, und das heißt, durch SetCursor 0,1, ich habe es auch hier nochmal extra hintergeschrieben, wird die Cursor-Position auf Spalte 1 in Zeile 2 gesetzt. Und dann gibt er mit LCD.print die Counter-Variable, also beim ersten Durchlauf von Loop 0 aus. Heißt, wir haben dann auf dem Display stehen Hello World und darunter 0. Dann zählt der Counter um einen hoch mit plus plus. Dann wird eine Sekunde abgewartet und dann beginnt das Ganze wieder von vorne. Der Cursor wird wieder in Spalte 1 in Zeile 2 gesetzt. Dann wird wieder der Counter, jetzt 1 ausgegeben. Vorher stand da ja die 0, jetzt steht da die 1. Die 1 überschreibt also jetzt die 0, dadurch, dass wir den Cursor hier wieder zurückgesetzt haben. Es wird wieder eine Sekunde gewartet und dann geht das wieder von vorne los. Das heißt, wir haben jetzt einfach in der zweiten Zeile eine Zahl, die im Sekundentakt um eine hoch zählt. Normalerweise würde das Sketch irgendwann überlaufen, weil die Variable irgendwann am Ende ist. Aber ich glaube, da das einfach nur ein Sketch zur Veranschaulichung der Funktionsweise des Displays ist, kann man das durchaus mal tolerieren. So lange wird sich keiner diesen Counter angucken. Ja, und ich glaube, viel mehr muss ich dazu auch nicht sagen. Wir gucken uns das Ganze jetzt noch einmal am Arduino an. Ja, hier seht ihr jetzt den technischen Aufbau, den wir uns eben im Schaltplan angeguckt haben. Und ich würde sagen, ich schließe das Ganze jetzt einfach mal an den Strom an, beziehungsweise an den USB-Anschluss des Laptops. So, und hier seht ihr jetzt, das Sketch ist noch nicht auf LCD ausgerichtet. Von daher seht ihr jetzt erstmal hier nur ein paar Blöcke, weil er noch keine Daten geschickt kriegt. So, und wenn ich jetzt hier mal am Poti drehe, seht ihr, die Blöcke verschwinden, die Blöcke kommen wieder. Und das ist das, was ich eben erklärt habe. Ich kann hier über den Poti jetzt halt den Kontrastwert einstellen. Den kann man dann so regeln, wie man es am besten lesbar empfindet. Ich lasse das jetzt einfach erstmal so eingestellt. Ich glaube, das sieht man auch auf der Kamera ganz gut. Und jetzt übertrage ich mal unser Sketch, was wir uns gerade angeguckt haben, auf den Arduino. Und da seht ihr schon unser Hello World und wie die Zahlen der Reihe nach raufzählen. Ich kann das Ganze jetzt auch mal so rumdrehen, damit man es wenigstens auch mal lesen kann. Ja, das war es mit Tag 13 und dem LCD-Display. Sollte ich irgendwas vergessen haben oder noch etwas unklar sein, stellt mir eure Fragen gerne in den Kommentaren. Wenn euch das Video gefallen und ein bisschen weitergeholfen hat, gebt ihm doch gerne einen Daumen hoch. Abonniert auch gerne meinen Kanal und klickt direkt auf die Glocke, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Für alle, denen das Video gefallen hat, die aber die Arduino Basics-Reihe bisher noch nicht verfolgt haben oder vielleicht noch nicht alles gesehen haben, schaut gerne mal oben in die Infobox. Da habe ich die gesamte Playlist der Arduino Basics auch nochmal verlinkt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen an Tag 14 wiedersehen, wenn wir uns den seriellen Eingang des Arduinos mal näher ansehen. Bis dahin verabschiede ich mich und sage einfach bis zum nächsten Video. Ciao!